Ich würde sagen, dass wir jetzt so ein bisschen vielleicht diesen Bogen versuchen zu schlagen zu dem Punkt, den wir nicht primär als wichtig dargestellt haben, nämlich das aktive Organisieren dieses Knowledge Managements zum Beispiel. Weil klarerweise, das muss man natürlich auch irgendwie machen. Also das kommt ja jetzt natürlich so diesen Denkprozess, den wir jetzt durchgegangen sind. Es kommt natürlich wieder später dorthin, dass ich mir überlegen muss, welches System nutze ich wie, weil wenn wir jetzt wieder die Ebene nehmen, ich muss ja als Führungskraft dann das sinnvoll kommunizieren können an mein Team dann zum Beispiel mit, hey, ab eben nächste Woche oder in zwei Wochen rollen wir sozusagen ein Knowledge Management Prozess aus. Und das und das und das sind die Punkte, die da zu beachten sind. Und dann ist natürlich jetzt mal ausgeklammert die Motivationsgeschichte. Aber natürlich muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie organisiere ich so etwas. Und ich glaube, da wird es eigentlich mega spannend, auch was diese individuellen Prozesse angeht und vor allem was dieses, sagen wir jetzt, das People Management. Also wie komme ich vom People Management zum Knowledge Management sozusagen? Weil es ist natürlich sehr einfach zu sagen, ich gebe als Führungskraft ein, unter Anführungsstrichen, System vor. Ich möchte Thema, 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 Thema und dort drunter könnt ihr quasi nochmal Überschriften wählen. Oder ich sage, na, wir machen eine lange Liste. Oder ich gebe konkret vor, ihr müsst die Tags verwenden. Und ich finde, da wird das tatsächlich sehr tricky, weil im Endeffekt sagen wir ja sehr oft bei solchen gemeinsamen Teamgeschichten, dass man sowas schon kollaborativ sozusagen entwickeln sollte. Weil tendenziell wird das Team mehr aktiv damit arbeiten als die Führungskraft. Das heißt, ich glaube, das ist der erste Schritt, den man beachten sollte, dass man vielleicht als Führungskraft nicht einfach rausgeht und sagt, hier, das habe ich mir jetzt überlegt und wir werden das jetzt sofort umsetzen, sondern vielleicht gemeinsam mit dem Team diesen Prozess mal angehen.